Ja, einen wunder, wunder, wunderschönen frühen guten Morgen. Es ist halb sechs Uhr morgens. Heute kommt die Botschaft mal ein bisschen früher. Wir sind hier oberhalb von Portinax. Wenn ihr mal dahinter das Zelt guckt, da wo der Rayo liegt, ein bisschen weiter oben drüber, warte mal hier, da seht ihr den Leuchtturm von Portinax, der aufblinkt. Aber es ist auch schon morgengrauen. Ich werde heute keinen Sonnenaufgang filmisch einfangen können. Dafür habe ich euch einen Sonnenuntergang, den ersten Sonnenuntergang unserer Reise einfangen können. Ihr könnt euch die Bilder ja dann anschauen. Es ist spektakulär hier. Also schaut euch das mal an. Ich drehe mich mal mit euch mit, dass ihr das mal seht. Da hinten, da ist Palma de Mallorca. Dort geht dann irgendwann die Sonne auf. Da hinten ist die Küstenlinie. Das alles sind wir schon gelaufen. Ja, unfassbar schön. Ich stehe hier auf einem Felsen. Die Nacht war felsig. Also mein Rücken braucht jetzt definitiv mal eine richtige Tube Voltaren. Warum ich mich jetzt schon so früh melde, liegt daran, dass wir jetzt das Zelt zusammenpacken, den Rucksack packen. Das dauert ja immer. Man muss es ja auch immer sehr genau machen. Also man sollte jetzt hier nichts liegen lassen. Das ist dann immer schlecht. Und wir werden jetzt gleich nach San Juan wandern. Und das dauert ein bisschen, weil das geht da hinten über den Berg rüber. Da sind wir bestimmt noch so zwei, drei Stunden unterwegs. Und dort werde ich auf die Friederike treffen. Und dort werde ich dann heute nächtigen in San Juan. Da freue ich mich drauf. Ich kenne sie gar nicht so gut. Aber sie hat mir ein Obdach angeboten. Das fand ich voll lieb von ihr. Und bin ich mal gespannt, was ich da wieder für Geschichten erleben darf. Denn San Juan ist wunderschön. Das Bergdorf hier. Und dort werde ich ein bisschen fotografieren. Dann wieder das als Basisstation nutzen, um ins Umland aufzugehen. Und am nächsten Tag werde ich dann nach Portinax runterwandern. Also das ist der Plan. Wobei Pläne bei mir meistens sehr flexibel sind. Ja, ich wünsche euch einen herrlichen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Genießt die Zeit. Das war gestern ein Tag der Stille. Mit ganz wenig Begegnung. Das stimmt einmal nicht. Nein, das stimmt so nicht. Sondern mit der Begegnung, mit der Schöpfung. Mit der Schönheit dieser Natur. Und ja, das muss man dann auch erst mal verdauen. Und dazu freue ich mich, dass ich dann heute jetzt ein bisschen wieder in die Zivilisation zurückkehre. Um dann die Bilder auch mal für mich wirken und sammeln zu lassen. Ja, seid ganz lieb umarmt. Euch allen einen schönen Tag. Seid gesegnet. Und ja, genießt die Zeit, wo immer ihr seid. Ich habe das乾alt. Gut. Gut.